Heute kämpfen wir mit Samus als Kopfgeldjägerin gegen die Mächte des Bösen. Hört sich an wie ein Star Wars Intro. Man kennt es. Und wir starten gegen Wolf. Verpiss dich. Ich habe noch nie Metroid gespielt. Ich habe keine Ahnung wie es sich spielt. Ah doch, den ersten Teil habe ich mal angespielt. Beim NES-Emulator von der Switch. Aber ich habe es nicht geblickt. Ich fand es richtig schwer. Meiner Meinung nach ist es richtig schwer. Oh kacke. Ja komm, land doch. Hä? Wo ist jetzt die Helfer-Trophäe? Ja moin, moin. Oh, die Stage ist so kacke. So. Das wäre es doch mal gewesen mit Wolf. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Kämpfen wir hier. Kopfgeldjäger durch den Kosmos. Was ist denn das Thema? Oh lol. Kämpfen wir halt echt nur gegen Böse oder wie sieht es aus? Ich finde Metroid musikalisch auch nicht so gut. Ich finde Metroid musikalisch auch nicht so gut. Das Ding hat eine Range. Ich habe gedacht, der fliegt einmal über die ganze Karte. Also der Charge Beam. Oh, das war knapp. Null. Komm schon. Oh. Der Rettungsmuff ist auch nicht so gut von Samus. Komm schon. Verrückt. Anlärm 200%. Leck mich. Mach mir doch jetzt keine Probleme. Komm schon. Und. Da, Haschis. Oh. Ich bin fast überscheuert. Sorry. Kann es mal geben. Hey, wir sind noch nicht einmal gestorben. Hä? Aber warum R.O.B.? Hä? Aber warum R.O.B.? Kämpfen wir einfach gegen Roboter? Ich glaube, sie wollten hier sowas auf Außerirdisch machen. So ein bisschen auf Kosmisch. Roboter sind schon ziemlich kosmischer als von dem her. Ich kann es doch schon verstehen. So. So. Der war gut. Der auch. Und. Ah. Die sind richtig leicht zu besiegen. So. Und. Tschüss. Super Sache. Das waren jetzt sieben von denen. Null. Kam mir gar nicht so vor. Ridley natürlich in Originalgröße. Also normalerweise wäre Ridley so groß. Schade, dass die Map von Ridley nicht mehr da ist. Die gab es ja bei der Wii U-Version. Die war richtig. Schön. Zum Spielen. Man konnte halt Ridley übernehmen. Und der hat dann für einen gekämpft. Und. Tschüss. So schnell kann es gehen. Hey, wir rasieren grad richtig. Ammoniakäum. So. Mewtwo, Bowser und Glurak. Oh. Ich versuche auf jeden Fall Mewtwo raus zu bekommen. Als erstes. Ach scheißegal. Hauptsache irgendeiner. Boah. Der ist richtig mühsam. Nein. Hä, was hätte ich da jetzt machen sollen? Das war doch viel zu weit. Scheiße. Erster Tod mit Samus. Mewtwo hat einfach nur nichts abbekommen. Bis grad eben. Ja komm. Boah, der ist richtig schwer. Naja. Find ich. Also Respekt wäre das als erstes schafft. Oder ja. Im ersten Andauf. Verpiss dich. Kann ich auch. So. Schon wieder bei 147 Prozent. Es ist nicht leicht. So. Verdammt. Ziemlich herausfordernd. Der Shit. Jetzt gegen Dunkel Samus. Los. Ich finde Dunkel Samus tatsächlich ein bisschen besser. Oh. Ah stimmt. Wir können ja so grabben. Und das Ding hinterher werfen. nicht. Nein. Egal. Puh. Jetzt war ich grad fokussiert. Bonusspiel 50.000 50.000 kriegen wir da auch hin. Easy. Wenn man die Hauptrute nimmt eh. Also ich mache immer hier ein bisschen auf Dann Hier alles explodieren lassen Obwohl es nichts bringt Die Bonus Stage Ist scheiße Warum gibt es den Scheiß nicht In variablen Versionen Es ist so kacke langweilig Oh Mann Hä nicht mal 50.000 Was haben wir übersehen Unser schlechtester Run bisher Mit 96.000 Vielleicht wollte ich einfach nur durchkommen Ziemlich ungewöhnlich Dass ich gerade mit der Attacke anfange Ja Komme ich zum Zug oder haut ihr mir gerade 100 rein Anscheinend haut ihr mir gerade 100 rein Und euch ist alles irgendwie scheißegal Kann ich mitleben Ich erkenne auch den Unterschied Wer Meisterhand und wer Crazyhand ist Okay Deathscreen wird näher gebracht Das heißt Ich bin jetzt eigentlich ein guter One-Hit Was hätte ich da machen sollen Ihr Arschlöcher Was hätte ich da machen sollen Ja lol Und wieder bei 65 Ja komm Boxen noch jetzt mal kaputt Verdammte Scheiße Welche von euch ist Meisterhand Okay du warst Meisterhand Alter Ich krieg die Krise Lass mich los Und du kannst von mir aus Gar nichts machen Lass mich einfach null Was macht der Null Ich treffe ihn nicht mehr Ja der Hintergrund Fack mich gerade so ab Ich hasse Finale Station Oder letzte Station Ich wäre sowas von Daumen gewesen Guck mal wie ich zusammen Was wegschleudert Wenn ich jetzt gestorben wäre Hätte ich da noch verloren Das wäre vielleicht noch interessant gewesen Gut gemacht Gut gemacht 7,6 Ich bin nicht zufrieden Überhaupt nicht Was für eine Mucke kommt Der hätte Brimstone Hätte besser gepasst Finde ich Um einiges Aber der Hintergrund ist geil Ich will euch bedanken fürs Zuschauen Wenn euch der Part gefallen hat Lasst ihn auch noch rum Wenn nicht dann Lasst mir den Schuh Wir sehen uns dann Beim nächsten Part Ich hab keine Ahnung Wer das dann ist Ich glaub Fox Tschüss und Bis Bald Bis bald